Ich habe schon angefangen, ich bin gleich fertig. Was? Kommen alles in die Outtakes, ne? Lug mich nicht. Ich mache am Ende des Jahres ein Video, wo ich alle Outtakes reinmache. Lug mich nicht. Wenn ich mal ein Video mache, dann schreibt es in die Kommentare, falls euch das interessiert. Und lasst einen Daumen nach oben da. Okay. Hey meine Lieben, ich mache heute für euch das... Wie heißt denn das Video eigentlich? So und jetzt Gelassenheit bekannt im Topf. Ich habe da nicht ganz zu, vielleicht sollte ich mal meine Ohren aufsperren, wenn sie mir sowas erzählt. Ich habe wirklich total viele kreative Energien. Ich bast... Energien? Ich habe einen Haar auf meinen künstlichen Lumpen, das ist wirklich toll. Irgendwie. Auch wenn ich jetzt nicht so feiere, aber... Aber ich... Super, super. Nicht. Ich nehme mich absolut mit der Kamera, boah, geil. Okay. Aha. Ich habe mich mit dem Auge. Mann. Das ist doch mal der Outhanks, das ist aber Wahnsinn. Spiegel. Spiegel ab. Die gehört meinem Dad und ich habe... Nein, mein Papa hat meine kaputt gemacht. Ah, Verleuchtung. Okay, ich verstehe kein Wort, was da drin ist. Und die hat meine... Ich werde dreckig. Das staubt unten raus. Das geht nicht klar. Ey, dann muss ich wieder meinen Bett sauber machen. Und das ist auch ziemlich... Ich habe das Wort vergessen. Ist cool. Ich bin mal wieder super vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was ich da zu erzählen soll. Da gibt es aber noch was, was ich auch von meiner Mom kann. Fuck, das geht. Ich habe das Zeug. Ja. So, wie du das jetzt leckst. Nein. Du fissst dich doch ein. Also, am besten kalt füllen. An der Luft trocknen lassen. Ich habe gerade ein SMS bekommen. Ähm, ja. Okay, ich stelle jetzt nochmal auf. Dann bin ich fertig. Ja, ich weiß. Ich kann mich nicht konzentrieren. Mann. Okay. Fällt mir noch was ein? Logisch abbaubare Müllebeutel. Das war gerade ein komisches Geräusch. Das war so gefehlt. Mit den Jungs von Brainstrap. Ich kann nicht mehr reden. Schnipp. Steffi, warte mal kurz. Ich möchte auch... Hallo. Von den Jungs von Brainstrap. Ellinger. Was zum Teufel rede ich hier eigentlich? Von Brainst... Also zum Mitschreiben. Wir sind hier im Schulbiologiezentrum. Das habe ich bereits gesagt. Schön. Aber du kennst das doch. Ich wiederhole immer alle. Der mehrwöchige Rettungseinsatz kostet mit allem Drum und Dran circa... Scheiße, jetzt habe ich das in die Kamera gehalten. Kleine Anspielung auf die nächste Folge. Steht sich klar. Und für diesen Geld würde... Dass die EU... Was man bei Trios of Life... Trios? Was? Dann solltet ihr drin bleiben. Nein, sollen wir nicht. Zum Beispiel, wenn ihr gerade auf Amazon überwächst. Moment hier, welche Treppe sind so aus der Fülle. Was war das für heute? Du willst doch ein Video machen. Ja, ist doch okay. Du musst aber mit Trauer. Wir haben es lange gehört, glaube ich. Ne, das sieht scheiße aus. Warte mal kurz. Das klingt wie reutig. Keine Ahnung. Wo bist du? Da bist du. Nein, ich kann das nicht machen. Du bist bitte. Boah, Jonas. Guck mal. Hier, ganz einfach. Okay, was? Slayer! 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 Wir sehen Slayer. Nein. Du nehmt das schon? Ja, natürlich. Da ist ein roter Punkt hier. Und da ist natürlich... Ja! Es kommen zur Zeit viele Vlogs. Das wollt ihr ja. Voll schön. Und wir trinken Wein und so. Und wir essen Juni-Bärchen. Nein, ich esse kein Juni-Bärchen. Tierknochen und so. Wir sind jetzt auf dem Zug. Genau. 30 Minuten. Ich bin Hotter. Alles klar. Es wird gehüpft und gehoppelt und abgegangen. Oh! Muss nicht sein! Abgeleckt! Oh! Muss nicht sein! Mal kurz unterst Assembly! Tja, halt! Ich drehe ein Video! Bad Religion... Ich rede mit meinem Handy! Ja! Bad Religion... Gesehn! Ich habe seine Haut! Ich habe in Englisch gesagt! Danke! Englisch leicht ins Kurs. Na, du kannst du eine Brains App verwalten? Ich wollte jetzt vergewaltiger sagen. Oh mein Gott Ich habe eine schlechte Religion, komm jetzt Religion, böse Religion, schlechte Religion Religion, religion Ich weiß es nicht Ey, das ist der einzige Satz, den ich hab noch zu tun Ist langweilig Föhnelt 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 Mathe macht dumm Das ist böse Weil das nicht mehr für wird, als ich eh schon bin Ich habe eine andere Rolle Slayer 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 Porras Slayer Für dich? Mit meiner? Und mit meinem Handy macht ihr zwischendurch Vlogs von mir Für den oder für du? Ja Oh Gott, sie kommt runter War eine der Meinungen, die kommt von hinten an und streichelt mir den Kopf Und am ersten Tag hatten wir auch so eine etwas rundere Person auf den Arsch gehauen Das war ein Müller Ja, naja es war ja trotzdem eine rundere Person Dann hab ich zurück auf den Arsch gehauen Und die so, na da geht noch was Ich so, naja mehr kann ich nicht Ich habe wirklich mit voller Mit full force gemacht mit voller Kraft ja Aber wahrscheinlich hat es einfach nur einen zu dicken Arsch und hat es deswegen nicht gemerkt Was so geil Mnnn, dincher Mnnnnn Es geht hier schief ja dann haben wir glaube ich noch acht wochen auch das ganze festival mitmachen wird bestimmt wenn ich das wieder getan und macht doch nicht vor die kamera jonas seine haare muss natürlich übelst mit drauf sein was total nervt oder auf facebook für die die karte haben oder teils einfach auf mit der reichen und so gut war möchte ich doch was verknüpfen ich habe was cool ist es ist aus plastik aber dafür kann es ja auch nicht sterben also es ist schon gut das kann eigentlich jeder in seinen alltag einführen was kann man ja eigentlich auch überall machen lassen wie so ist der stand jetzt auch gekommen und ich habe ich habe mein pikachu küssen werde ich zu hause lassen weil das so auffällig ist in den anderen ich bin bekloppt sind wie sonst was das kann eigentlich jeder sein na ok machen wir erst beschlüssen es wird erst die karte zuvor die karte zuvor die karte zuvor die karte zuvor Untertitelung des ZDF, 2020